Habt ihr etwas gesehen, wofür meiner Meinung nach die Schweiz steht? Nämlich nicht für irgendein kleines Land, eingegrenzt zwischen ein paar anderen Ländern, sondern für ein kleines Land mit extrem viel Kreativität und sehr hoher Lebensqualität. In der linken Ecke, aus Müllhausen, Frankreich, Hüber! Der junge Burst dahin muss ich euch nicht mehr vorstellen. Badiber! Das ist die traditionelle Flanke. Hier auf der rechten Seite haben wir die modernen Flanke. Die zwei jungen Herren dahin, auch bekannt als Rübis und Stübis, oder Kleti und Pleti oder ganz einfach S&P und DJ Cartman durch! Also gut, und der Battle funktioniert mit Publikumsvoting. Das bedeutet, ihr bestimmen wer der Sieger ist. Und zwar läuft das ehrlich wie bei Musicstar, nur mit dem Unterschied, dass bei uns Publikumsvoting auch tatsächlich zieht. Und wir proben das gleich mal rasch. Wer von euch ist dafür, dass Hubert und Paddy anfangen? Wer von euch ist für den Sam und den Club, meinst du? Verwunderlicherweise war es heute mal Leute bei euch. Ich bin ehrlich, ich bin ehrlich. Ich bin ehrlich. Sind wir bereit? Ja, ich bin. Bernd sind wir bereit? Ja! Du in der Freie für Zambi und DJ Cartman! Du! Free Drop! Ja! Ja! Du! Ja! Ja! Ja, lebe! Ja! Ja, raus! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 von euch bereit für den Hübert und den Pannibär! und den Pannibär!